Musik Yo was geht ab meine Freunde herzlich willkommen zu einem erneutigen Gameplay Commentary auf dem Anonymous Clan Kanal und ja heute mal nicht vom Anonymous Clan, nein mein Name ist Elias und ich habe heute die besondere Ehre den NK Clan hier vertreten zu dürfen und vielleicht hat der eine oder andere von euch das ja mitbekommen, aber unser YouTube Kanal mit glatt 7000, bisschen was über 7000 Abonnenten wurde ja in der letzten Woche gehackt, beziehungsweise in den letzten Tagen gehackt, beziehungsweise gelöscht und wir haben daraufhin unseren gesamten Channel wie gesagt verloren und alle Videos, die gesamte Arbeit ging dadurch verloren aber wir haben uns davon natürlich nicht unterkriegen lassen und haben uns jetzt einen neuen Channel erstellt und der Anonymous Clan war da gerade so freundlich und hat uns angeboten, dass wir uns hier kurz vorstellen dürfen also nochmal kurz für alle, die den NK Clan nicht kennen, ich bin Elias, ich bin ein Member des NK Clans, ein Commentator, ein Family Designer ja ich bin einfach ein Ronder, ja und falls ihr ein bisschen mehr über uns erfahren wollt, könnt ihr gerne bei uns vorbeischauen Link dazu in der Videobeschreibung, weil ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, weil es nur ein relativ kurzes Gameplay ist eine Solo 88 Sekunden Nuklear, soweit ich weiß, auf Nuketown mit der PDW, ist ein recht geiles Gameplay wie gesagt, falls ihr mehr zu uns erfahren wollt, wäre es richtig korrekt, wenn ihr unseren Channel abchecken würdet Link dazu in der Videobeschreibung also ich hoffe, das kurze, knappe Video hat euch gefallen und nochmal ein fettes Danke an den Anonymous Clan, das wir uns hier vorstellen durften und ansonsten sage ich noch, bewerten und das Kommentieren nicht vergessen ich bin raus, haut rein dann geht's dann sind wir noch mal